So, wir beide sind jetzt hier in Hamburg auf der beste Hamburg-Zukunft-Personal, Marjana. Ja, und es regnet Schittwetter in Hamburg wie immer, aber wir freuen uns trotzdem. Drin wird's trocknen und wir werden berichten, was wir alle so gesehen haben. Mal rein in die Halle, oder? Ab ins Trockene. Ab ins Trockene. Bis zum nächsten Mal.